Hallo und Willkommen wieder hier bei Let's Play Minecraft und ich bin ein bisschen vorgelaufen nochmal und wir hatten ja Sand gesucht und wir haben auch so viel, wesentlich viel Sand gefunden und wir gehen jetzt mal wieder nach Hause in welche Richtung geht denn das? Ach ja, ok dann legen wir mal los komm, geht auf ach ja los ja was ich weiß gar nicht, was ich zu viel gereden würde hm gute Frage hm ich hab keine Themen ich wüsste nicht womit ich jetzt anfangen soll hm 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 wir müssen unser Haus bauen aber vorher schlachten wir noch die Kuh und diese Kuh yeah wir brauchen den Fleisch und dann noch diese Kuh und dann die Kuh da oben und dann noch die Kuh da hinten und noch ja 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 genau ja genau ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ich glaub hier haben wir noch eine kleine Hilde ganz ruhig so liebe Kuh du bist eine liebe Kuh na mal gucken was wir hier oh leck so haben ja nix ah ok ah aber hier haben wir einen Creepen guten Tag und noch mal 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 yeah er ist tot tot äh es ist jetzt Abend ok aber die sind eklig daheim Riesenpilz und Kotschern Sprung ne und hoch und hoch oh 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 wo ist sie wo ist sie oder ah lauf geh sterben geh sterben böse hm was kann ich mir helfen ja brauche ich ihnen so ich muss was essen ich hab nur Kote ach mein schönes Kleehütchen sag jetzt Sprung und ans andere Ufer rennen und hopp ja na mal gucken jo das tut sich ganz gut äh das tut sich äh und hopp und hopp und kaputt ich möchte ein bisschen ah hi wie gehts hier ja genau 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 au 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 oh oh creeper noch einmal dann noch einmal er ist noch da ok jetzt ist er nicht mehr da so äh was könnten wir weg ha 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 wie laufen wir jetzt hier so hier durch ich ja ok so und hopp und ab hier rein roh da draußen so dann gehen wir jetzt zurück in die Treppe hier hoch und verstauen mal raus ist hier ein Zombie schon wieder drin ne gut und verstauen mal die ganzen Werkzeuge die wir gerade mal nicht wirklich brauchen ähm Stein hier guckschneiden ok das sind praktisch gleich das wieder hier ist klar wo es ist ja das ist meine erz habe ich was wieder in bringen nicht oder ne dann mache ich das einfach hier so erde hier glatt glatten ach das machen wir jetzt auch einfach so erde so ok das dürfte erst einmal ach jetzt gehen wir erst einmal bei uns runter und dann machen wir erst einmal den Sand da rein ok so 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 und ja komm ja ja noch ein bisschen Kohle hier machen wir einfach mal so da rein wo mit mir wirklich arg so viel drin ist war wir könnten jetzt so ein bisschen so so noch ein bisschen warten wir bis alles wo es mehr fertig ist komm her auch nicht renn klar äh hier haben wir noch ein bisschen Leder das könnten wir noch ups könnten wir noch rüber machen gut dann gucken wir mal wie es bei unserer Farm da drübe aufs aussieht aussieht hoch ganz weit hoch ganz weit hoch ha 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 tut sich tut sich langsam sein seid ruhig ha ist das nicht schön gelungen hier ach so ist das also hier ok der will also der will also agro werden komm runter komm runter komm runter ich würde nicht game over ja la so hier machen wir dann was könnten wir eigentlich hier rein bauen ähm hm hm ach gut ja ok egal äh was könnten wir mal da rein bauen ich hab keine ahnung jedenfalls wir könnten vielleicht machen wir noch größer die Farben hm aber ne oh ich weiß nicht hm ich weiß einfach nicht mir fällt nichts ein was wir da jetzt mal so drin bauen könnten also wir könnten nochmal so zwei Schafen gebrauchen äh hab ich noch keine Schafen hier drin ne anscheinend nicht ja hier so hm grabe ich so ein bisschen erst einmal den Boden aus hm ja boi ich zum weh unglaublich so nicht wundern ihr könntet eventuell im Hintergrund vielleicht ein paar Vögel hören so quietschen oder was auch immer weil es ist recht früh am Morgen und nicht aufs Fenster offen deswegen könnten Vögel im Hintergrund sein oder eher hoch wahrscheinlich dass sie im Hintergrund sind äh ähm ich weiß nicht soll sollte ich sollte ich jetzt nicht welchen Boden soll ich hierfür verwenden ich weiß es nicht soll ich hier noch eine kleine Farm reinmachen oder soll ich nicht aber nein ich weiß es einfach nicht oh ich hab das Gefühl ich hätte nur noch eine Schafen gefunden hätten sollen ich glaub das wird eng ähm seid doch da ruhig und glaub ich auch wenn ich Arbeit äh abends arbeiten tue ist doch meine Sache äh ok gut ne ba ja ja soll ich jetzt Gott oh Gott unverschön teils wieder alles so haben wir schon mal den Boden ausgeprägen ähm wo ich noch eine Spritzhack bin nein habe ich mir gedacht so kommt nicht so schlimm Komm hoch, komm hoch, jetzt komm ich nicht mehr hoch, okay, dann muss ich jetzt umsetzen, also. Okay, was könnten wir denn jetzt? Was könnten, wir könnten, oh, ich weiß es einfach mal was. Ich weiß nicht, was wir da hinbauen könnten. Das, ähm. Aber wir haben hier ein bisschen Glas noch. Dann nehme ich nochmal die Spitzhacke. Und dann holen wir jetzt Glas von der anderen Seite. Und, ja. Ja, und dann gucken wir mal. Komm, unglaublich hier. 28, okay. Oh, da fliegt ein Flugzeug. Oder, was auch immer. Ja, da fliegt ein Flugzeug. Und, äh, puh, 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 dann bauen wir jetzt das Dach erstmal aus Glas. Was wir... Ah, ich weiß nicht, wir sollten noch... Doch, ich glaube, wir machen noch ein Fahren. So, zwei, dann kommt hier wieder... Stopp. Jetzt muss ich gerade noch gucken. Ähm. Ja, na, wir haben nicht mit Gose fahren. Na ja, wenn wir dann so machen... So. Ne, ich starb. Oh, jetzt ist hell. Jetzt sind wir gerade noch so. Aufgeschlagen. Warte, 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 warte. Und was... Ähm. Ich muss grad was gucken. Es muss ja... Wenn ich jetzt... Hier was... Ne. Ups, der hat immer noch die Schöne... Hier lass' ich jetzt Wasser laufen... Ne, warte, wie mach' ich das denn? Ah, hey, hey! Komplett durcheinander! Also... So... Dann hier so... Ups... So, hier läuft's Wasser. Hier könnten wir dann noch ne Reihe um... Äh... Ich glaub's... Ich weiß nicht, warum ich jetzt das abgegraben hab, aber naja... Ist dann eben so... Okay... Okay... Dann war's das für diesen Partabra wieder, Mario... Und wir sehen uns dann im nächsten Video... Ciao...